Ich bin Daria und ich bin 16. Und ich bin Sarah, 11 Jahre alt. Wir trainieren im RLZO Akrobatik-Turnen und unser Stammverein ist das Akro-Team Kossau. Unser Traum ist wahr geworden. Wir trainieren im Oktober ab EM in Bulgarien. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017